Niederbayern 100.de. Die 100 Sekunden Videonachrichten mit allem Wichtigen aus Niederbayern und der Region. Täglich aktuell ab 12 Uhr mittags. Immer wissen, was los ist. Präsentiert von Sanitätshaus Gültner in Eckenfelden, Pfarrkirchen, Simbach am Inn und Arnsdorf. Wir tun was für Ihre Gesundheit. Grüß Gott und herzlich willkommen bei Radio Tausnitz Niederbayern in 100 Sekunden. Das Motiv für die Bluttat von Bogen ist immer noch nicht bekannt. Polizei und Staatsanwaltschaft schweigen wegen der laufenden Ermittlungen. Gestern wurde allerdings gegen den dringend Tatverdächtigen Haftbefehl erlassen. Er soll am Dienstag seine Ex-Freundin erstochen haben. Eine kleine Bar in Braunau sorgt für große Empörung. Der Besitzer hatte angeblich die Ansage gemacht, dass seine Gäste nur Deutsch sprechen dürfen und Ausländer seien in seinem Lokal nicht willkommen, zitieren in Zeitungen in Österreich. Im Internet brach daraufhin ein Shitstorm los. Die Entrüstung war riesig. Mittlerweile ist der Braunauer Gastronom zurückgerudert. In einer Stellungnahme bezeichnete er sein Lokal als weltoffen, in dem Gäste aller Nationen willkommen sind, berichten Zeitungen in Österreich. Wer zahlt den Abriss und die Entsorgung des Atomkraftwerks Isar 1 bei Landshut? Für Freie Wählerchef Hubert Aiwanger aus Niederbayern ist klar, die Kosten dürfen nicht auf die Allgemeinheit abgewälzt werden, sondern müssten von den Energiekonzernen selbst getragen werden. Schließlich hätten die Atomkonzerne jahrzehntelang riesige Gewinne mit ihren Meilern gemacht. Aus einer Dingolfinger Metzgerei an die Spitze eines Weltkonzerns. Adidas-Chef Herbert Heiner hat gestern seine niederbayerische Heimat besucht. Heiner stammt aus Dingolfing und ist Sohn eines Metzgers. Zu Gast war der Adidas-Boss gestern an der Fachhochschule Landshut. Dort stellte Heiner unter anderem einen neuen Fußballschuh vor, der beim Champions-League-Finale in Lissabon zum ersten Mal groß der Weltöffentlichkeit präsentiert werden soll. Aktuell arbeitet Adidas an der Serienreife eines gestrickten Fußballschuhs. Landshut drohen in der nächsten Woche noch mehr Staus. Schon jetzt geht es ja in der Konrad-Adenauer-Straße zu den Stoßzeiten kaum vorwärts. Am Montag kommen noch zwei Staufallen dazu. Die Rechtsabbiegespur am Alten Viehmarkt in die Podewildstraße Richtung Daimantunnel wird gesperrt. Grund sind die Bauarbeiten für die Verlegung der Fernwärmeleitung. Ab Montag wird außerdem der Isarsteg beim Eisstadion gesperrt. Betroffen sind Autofahrer, die vom Kupfereck kommen. Weitere Nachrichten finden Sie bei uns unter radio-trausennetz.de. Untertitelung des ZDF für funk, 2017